Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 3! Wir sind hier in Folge 19 unterwegs auf der Suche nach dem Kuchen und natürlich wieder zu dritt unterwegs mit Alex, Timo und Johan! Nein, wir sind noch zu zweit! Wer ist da gerade abgenippelt? Na, immer ich, ist doch klar. Alex, ich nippel immer noch. Na gut, wer springt da jetzt? Okay. Timo ist zu großzügig. Timo ist der Best. Kein Problem. Los, hol das Trinec. Schick mich mal nach oben. Ah, Trineckel sammeln. So, ich stelle mich hin. So, ja. Wir sind neu zu kurz. Okay, Leute, Leute entspannt. Niemals. Ich versuche, warum? Was passiert da? Wir sind übrigens auch in einer neuen Aufnahme. Seit der Winterfunk. Ein paar Probleme haben wieder reinzukommen. Man sieht hier, der Zauberer. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, der hängt doch fest. Das habe ich auch vergessen, wie das funktioniert. Sonst wird es geschafft, ja. Wird Timo springen mit drauf? Haha, ich bin schon oben. Geil. Ah, da oben wollen wir hin. Ich glaube, ja. So, okay. Ich schiebe uns mal ran. Das war knapp. Das war knapp. Ja, zu, zu. Das war zu. Oh, oh, oh. Das passt schon. Okay. Alles ganz locker hier. Ne, ich sollte, glaube ich, nicht mit Karacho hier drauf hauen. Machen wir das mal langsam. Wie kommen wir denn dahin? Achso. Also man kann, wenn man da oben steht, hierher springen. Okay, Moment. Autsch. Passt schon, süß. Das hat weh getan. Voll auf den Kopf. Na? Na? Okay. Ich glaube, wir müssen auf die andere, auf die obere Plattform. Das ist so pendelmäßig. Auf die obere Plattform? Ja, ja, die obere. Die will immer oben sein. Achso, die? Okay. Die, wo du jetzt stehst, die will immer unten sein. Alles klar. Dann versuchen wir es mal so. Müsst ihr mal, wenn ihr beide nicht draufsteht, das nochmal umdrehen, dass ihr auf die andere könnt. Konnte ich mal nicht früher Plattformen belegen? Bestimmt, oder? Ja, irgendwie. Ich glaube, die geht dann nicht weiter. Wir müssen in die andere Richtung drehen. Achso, es geht tatsächlich nicht weiter. In die andere Richtung. Wir müssen in die andere Richtung drehen. So. Nein. Das lässt sich immer noch nicht beschweren. Andersrum. Okay, Moment. Im Uhrzeigersinn. Soll ich das machen? Ja, warte mal. Ich glaube schon. Gleich. Nochmal. Ich bin ein bisschen zu langsam hierfür. So, Moment. Gleich haben wir es. Jetzt rüberspringt Timo. Nein. Ah. Ist das jetzt? Ne. Okay, jetzt. 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 Okay. Achso. Das ist klar. Jetzt. Jetzt. Jetzt könnte es. Aber es ist schwierig. Achso, jetzt kommt ihr da ja perfekt rüber. Wenn ihr da hoch kommt. Wenn. Ah, warte. Dann stelle ich mich da hin und du kannst die Kiste bei euch benutzen. Vielleicht bin ich schwer genug. Wie meinst du das? Nein. Braucht ihr nicht eine Kiste um hier rüber zu kommen? Das stimmt. Aber dann ist diese Kiste da weg. Ja, die brauche ich ja nicht. Ah, verstehe. Okay, Timo, komm mal her. Wenn wir alle hier drüben sind, oder? Ich weiß es noch nicht genau. Bin ich fett genug, um das so zu halten? Ich glaube schon. Stimmt. Moment. Moment. Ich mach mich richtig schwer. Sehr gut. Ritter ist... Ja, komm rauf! Nein! Nein! Ja, stimmt. Da gab es ja noch einen Wansch. Okay. Keine Panik, Leute. Komm rüber! Komm! Nein! Ja! Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schwer genug. Jetzt nicht? Ja. Ja. So, und wenn Timo drüben ist, kannst du die Kiste bei uns hin machen. Ah, okay, das ist zu hoch. Die Kiste. Uh, okay. Es reicht. Okay, super. Perfekt. Oh, ich muss hier noch... Die steht erst rein. Die steht erst rein. Okay. Ja! Die sind die Besten. Müssen wir... Kamera, kommst du mit? Ah, danke. Da ist es doch. Ah, sind wir immer noch in diesem ollen Buch? Das scheint so zu sein. Ich dachte, wir waren schon durch mit dem Buch. Aber ist das nicht so eine... So eine Side-Mission oder sowas? Ja, dachte ich auch. Ah, die Quest-Buch-Dings haben wir durch und sind jetzt in einer anderen Buch-Geschichte. Ja. Wie kommen wir da hoch? Gute Frage. Könnte man mal ein Schild nach oben? Genau. Halt mal dein Schild nach oben. Das war aber in Trine 2. Ja, das war in Trine 2. Oh, meine Güte. Das war wirklich in Trine 2, Mann. Na gut. Na gut. Na gut. Dann habe ich eine andere Idee. Soll ich mich in die Kiste hängen? Ähm, ich glaube, dann kann ich sie nicht halten. Gut. Zieh mich hoch. Ich kann sie nicht halten. Ach, Mann. Dann hängen sie oben hin und ich hänge mich dann ran. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Da müssen wir ein bisschen schneller sein. Ich muss sie höher hängen. Wieso kann man denn da hinten fallen? So, jetzt aber. Okay, jetzt kann ich mich nicht mehr ranhaken. Sie ist zu weit weg. Okay, da ist das Limit. Okay, kannst du nicht von den Dingern hier noch was mitnehmen? Hier sind doch 3 Stück. Die stapeln wir hier hin. Ach so. Gute Idee. Moment. Oh yeah. Oh yeah. Die Oberanfänger bei Trine. Aber wir kriegen alles hin. Natürlich. Okay, stell hin. Ach so, das reicht schon. Ja. Ah, ich bin tot. Ach so. Einer übermotiviert. Ja, ich bin so ein bisschen vorbeige... Ja genau, das habe ich auch gemacht. Jetzt nicht auch mal. Die Kamera ist der größte Feind. Wie kommt man denn da hoch? Nein, nein. Da kommen wir nicht hoch. Wir brauchen eine Kiste. An der Säule hoch? Ach Leute, Moment. Ich... Wie ist denn das denn gemacht? An der Säule. Der Meister des Jump'n'Run, Timo, schlägt zu. So, weiter geht's. Zu viel Angst, um das auszuprobieren. Stell rauf, da ist ein Schalter. Okay, ich gehe in Deckung. Ah. Ah. Oh ja, stimmt. Oh. Okay. Und was ist das hier? Geht auch mal drunter. Ah, ja. Oh gut. Okay, warte, 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 warte mal. Die ersten beiden hier, die standen hier doch schon, ne? Die musst du mal wegnehmen, da ist noch was unter. Ich sag dir das. Oh ja. Okay. Ah, das kann nicht zugehen, weil ich da drunter stehe. Perfekt. Wir müssen bestimmt auch noch nach oben. Guck mal. Ah, ja. Okay. Oh, an den kann ich mich ranhaken. Ich ziehe mich hoch. Äh, okay. Oder ich ziehe ihn hoch. Ne, Moment. Ich versuche erstmal hier mein Ziel zu finden. Ah, vielleicht geht das nicht, wenn ich drangehakt bin? Ne, das müsste eigentlich bei dem sogar funktionieren. Okay, ich bin drangehakt. Okay, es geht doch nicht. Hä? Ja, ich nehme den jetzt mit. Das ist mein eigener Stein. Ah, das ist, das ist gut. Das ist klar. Ich hoffe, da oben ist nichts. Stell ihn mal da drauf noch. Zieh den einmal kurz mal mit ihm. Ich komm da grad nicht vorbei. So, jetzt mal. Oh. Oh Gott, ich sterbe. Na Quatsch. Die Abgründe haben wir ja hinter uns gelassen. Aha. Aber es passiert sowieso nichts hier. Ähm, es sieht wirklich aus, als ob wir hier alles haben. Also, zumindest in diesem Bereich ist nichts mehr zu sehen. Okay. Oh, sonst können wir ja nochmal gucken, wie viele Trine Ecke wir haben. Ah, da ist ja eins. Oh, hier unten sind Kisten. Wollen wir hier unten mal machen? Okay. Hier sind Kisten, die musst du rausziehen, oder? Weil sie nicht raus. Ich schätze mal, es geht oben weiter, oder? Das würde ich auch sagen. Aber hier sind Kisten. Ah, okay. So. Timo rastet wieder völlig aus. Wollen wir mal gucken, ob ich mit meiner lustigen, aggressiven Attacke, die Hetzblöcke verstehe. Und da noch Kisten? Wo seid ihr denn genau? Da ist eine. Ähm. Aber wo sind wir? Wir sind hier. Ich will zu diesem Prime Egg. Ah, die Kisten brauchen wir für das Rätselbestimmte irgendwie hier. Ach, wir haben unsere Schwede Kisten. Was reicht denn dafür? So, hier. Das Rack. Okay, Moment. Yeah. Oh, wunderschön. 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 Oh Mann. Okay. Alter, das erinnert mich an Trine 1, dieses Rätsel. Das war aber auch in Trine 2. Okay. Dann erinnert es mich auch daran. Okay. Moment. Timo, ich gebe dir ein bisschen Starthilfe. Ah, ich war schon dran. Okay. Okay, nochmal. Ja, jetzt schaffst es. Ja, perfekt. Wir kommen jetzt darüber. Ah, okay. Es sind echt praktisch diese Blöcke, dass man mitnehmen. Ja, ein solches wirklich. Das ist nicht ganz in die Hosentasche tun. Das ist ganz wichtig. Aber komm mal hierher, vielleicht ist da oben noch was. Ja. Ja. Okay. Okay. Nein, Timo, Timo. Mach mich nicht schwach. So. Ah, nix los, nix los. Komm gleich. Ich bin oben. Okay. Hahaha. Na gut. Nein. Ich bin weg. Guck mal, wie bist du. Hallo. Und tschüss. Hallo. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Ich bin so die Wand geglischt. Okay. Das ist jetzt mit dem Ding zu bestehen. Ich glaube, dass ich da auch wieder sterben kann. So, jetzt aber. So, jetzt aber. So, jetzt stürzt. Okay. Hast du wunderbar? Okay. Jetzt haben wir es. Danke. Muu. Ja. Ich hätte. Da habe ich mich erschrocken. Hahaha. Ist das halt aufwendig. Das Stein. Da ist, glaube ich, nix, oder? Ist da was? Sollen wir alle auf den Stein? Ja, ich glaube, da ist tatsächlich nix. Ja, da ist ne Falltür. Da ist nix, oder? Okay, da ist nix. Wo? Wo ist ne Falltür? Okay, Leute. Weiter geht's. Dann. Ah, schade. Ich dachte, ich kann den Stein hochziehen. Gut. Den nehmen wir doch mit. Hier war doch das Trinac unter mir, oder? Ups. So, hier. Äh, wie lasse ich denn? Oh man. Zack. Haha. Äh, noch ein tiefer. Oh Gott. Ist hier Boden? Hier ist Boden. Ah, wir können runterfallen. Das ist kein Thema. Boah, Timo hat schon wieder das Rätsel gelöst. Das nächste. Hallo. Das ist zu schnell, Timo. Krass, ey. Viel zu schnell, Mann. Okay. Kommt man da hoch? Ja. Okay. Da ist irgendwas drin. Aber ich seh nicht, wie dichter durch. So. Wo ist was drin? Also da in der Wand ist ne Kiste. Zumindest kann ich da irgendwas greifen. Jaja, die hatten wir ja vorhin schon die Kiste. Okay. Aber haben wir doch. Das ist da schon eng. Oh. Leute, Moment. Ich hole unsere Kiste hier. Ja, nice. Auf der rechten Seite ist noch ein Mechanismus, den man auch nutzen kann. Immer schön vorsichtig. Ah. Ich will den da. Ja. Haha. Äh, komm her. Was ist das denn? Hier ist ne Brücke. Will jemand auf die Brücke? Ich halt sie fest. Ich guck noch mal kurz hier unten. So. Wo ist das Kuchen? Oh ja, Kuchen. Da hab ich auch Lust drauf. Was kommen wir denn da hoch? Ja. Du musst ne Arschbombe auf dieser Feder machen, Timo. Aha. Ich sag dir das. Das bringt uns weiter. Das bringt uns weiter. Okay. Dann hau mal drauf, Timo. Das. Kopf einziehen, ne? Ja. Passte. Komm doch. Oh. Oh. Alles los. Nochmal. Die bis hier hochkommen, dann halte ich euch die Brücke hin. Oh yeah. Immer schön drauf. So. 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 Jetzt zieh ich die Brücke an. Komm her Brücke. Reicht. Äh. Warte. Jetzt könnte ich eure Hilfe brauchen. Ja. Moment. Zieh sie noch mal hoch. Ich versuch sie dann so abzustützen. Du musst sie glaube ich aber schnell sein. Okay. So. Ich bleibe nicht. 3, 2, 1. Let's go! Los geht's! Sehr gut! Genau funktioniert doch! So, ich kann... Wow! Da ist ein bisschen... Oh! Meinst du, Timo? Die Zeit ist rum. Ich hab keinen Überblick, aber gut. Das wäre zumindest ein guter Punkt für den Folgenkreis. Ja, stimmt. Wir sind ja hier gleich am Speicherpunkt. Wir können mal gucken. Und rasten. Dann würde ich sagen... Kuchenkiss bei der nächsten Zeit. Heute leider nicht. Bis dann! Tschüss! Ciao! Tschüss!